Bada bada bing! Okay, wir haben einen vollen Raum. Hat ein bisschen gedauert, ich glaube 10 Minuten, oder? Sehe ich denn mal der Messenger hier, der die Leute angeschrieben hat, den weitet? Ich wurde fünfmal getrollt auf dem Weg. Okay. Bleibt nett. Bleibt stark. Bleibt... AS4! Was denn? Was denn? Wie jetzt? Ich habe aus bisschen Bitte geschrieben und dann war es schön, er hat Bitte als Whisper genommen und dann habe ich irgendjemand angeschwisperrt, der Bitte heißt und dann habe ich schön geschrieben. Sorgung. Only Pen regulär auf Tunnel, 30 Minuten. Das könnte übrigens ein langes Match werden, also behalten. Sorry, Mischi. Ich habe verdammt viel angewispert. Spielt, was ihr wollt. Ich muss, glaube ich, aber auch noch mal vorbereiten oder so. Den Char kann ich machen, Wing Dasher auch. Und rein aus Prinzip mache ich wieder den Char. Ich glaube, es ist rein aus Prinzip, die Waffen nämlich sonst nie benutze. Oh, lol. Gerne. Ihr dürft auch Waffen plus bis 5. So, meine Perma Semirifer. Perma? Ich habe sie Perm aus dem Bambi. Wohl nicht. Ich glaube, es war sogar mal eine G-Capsule, die mir mal gegiftet ist. Echt? Naja, da habe ich sie Perm rausbekommen, wenn ich mich nicht irre. Vielleicht war es noch nicht du und ich irre mich. Ich nehme ja mal die erste Haufen Set, das ich sonst nicht nehmen würde. Ähm... Oh, Mensch. So. Jetzt muss ich kurz gucken. Sterni ready. Sterni ready. Ja, sag... Können Sie vielleicht kurz schreiben, dass ich meinen Chart zusammenstellen muss. Wäre freundlich von dir und so. Kennst du das, wenn du nicht weißt, was du als dritte Waffe reinhauen sollst? Was? Kennst du das Gefühl, wenn du nicht weißt, was du als dritte Waffe reinhauen sollst? Nein, ehrlich gesagt habe ich nie das, was ich als erstes reinhauen soll. Keine Ahnung. Da denke ich mir, womit fange ich an? Dann habe ich eine Idee, soweit. Na gut. Und auf dem ersten Chart habe ich noch meinen Healer, also so soll es passen. Okay. Los geht's. Okay. Drei, zwei, eins und... Jetzt mache ich hoffentlich eine gute Musik an. Moment mal. Wie wär's denn mit... Hier, Unknown from MC. Weißt du was? Ich hau mal meinen Minecraft Day. Random. Minecraft Day? Ja, also meine komplette Minecraft-Playlist, weil die wenig freundlich und... Einfach nur freundlich ist, okay? Mal gucken, was für einen Semi-Raffle-Aim ich hab. Ohhhh! Oh, du bist ja im Gegner... Ach, du bist ja im Gegner, die... Ja, ich bin im Gegner... Woah! Das war lag. Das war lag. Hast du auch nicht gefreezed? Ja, ja. Warte, hast du auch gefreezed? Ja, ja. Das war... Wenn du. Headshot. Komm hoch. Fuck. Chiaki! Chiaki, I got you! I got you! Chiaki! So, wo ist Mr. Seestern? Da ist Mr. Seestern! Hey, Seestern! Komm hoch! Komm hoch! Santa Cap vs. Santa Cap! Wer gewinnt? Wer gewinnt? Derjenige mit der Semi! Der mit der Semi gewinnt! Guck mal! Der mit der Semi gewinnt! Guck mal! Was hast du denn noch dabei? Was hast du als... Ah, du hast Plasmus auch dabei, oder? Ja, ich hab Twinblades für Beta, Death und so. Oh! Ich hatte dich grad so schön im Visier und auf einmal falle ich rechts runter und dann am Steg. Lol. Ich bin perfekt an dem vorbei. Ist dir das aufgefallen? Der Typ ist irgendwie auf mich zugedashed und nicht so BAM! Nö, kannst nicht mal. Und hör auf mich mit der Semi aufzubauen, ich sag's dir. Ich wollte ja eigentlich einen anderen abgadern. Wir werden bestimmt jumpen. Fuck! Knapp da fehlt, ist auch vorbei. Du bist Semi, danke! Aua! Oh, ich bin grad abballert! Egal! Ich wollte damit übrigens ein bisschen unjust machen, quasi. Ich benutze die Twinblades, ich benutze die meine... Hier, snipet ernsthaft jeder. Jemand bespawnt. Lol. Äh, also, ich benutze nie Raygan, ich benutze die Twinblades, ich benutze die Semi-Rifle. Ja, unjust quasi. Echt? Du snipest nie? Du snipest nie? Ich benutze nie Raygan, ich benutze die Twinblades, Nein, ich kann nicht snipen, das weißt du. Wow! Ich kann nicht snipen. Dann macht das nur halb so viel Spaß, wenn ich dich snipe. Ja, ich hab eigentlich gehofft, dass du's nicht tun würdest. Meinst du? Schade. Ich dachte jetzt keinem so cool, ich mein so BAM! Ja, so BAM! Nee, nee. Woah! Ja! Ich bin jetzt... Weißt du, bei S4 League weiß ich, dass ich sie nicht treffe, und dann muss ich immer auf die richtige Chance warten. Also versuch ich nicht so hitzig bei zum Beispiel Team Fortress zu snipen. Ich meine, ich kann in jedem, jedem Spiel kann ich snipen, außer in der S4 League und Team Fortress. Echt? Das ist so traurig. In Team Fortress kannst du auch nicht? Nein, nein, ich kann doch kein bisschen treffen, also bei mir ist das echt nur so ein random Header gedöhnt. Komm. Fuck. Also in deinem Commentary sah das aber anders aus. Bitte! Ich hab zwei Stunden aufgenommen. Ja, ohne? Für die paar Clips. Trotzdem. Außerdem. Außerdem hab ich selbst im Commentary so oft verfehlt. Oh, ich denke, ich weiß, ich weiß nie, was für ein Skill ich dabei hab. Hey, du guck mal, guck mal, guck mal. Hallo? Ich hab vergesst, mein Skill weg ist. Hey, 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 hey. Wo bist du eigentlich? Random. Snipe. Da bist du. Random. Kein Snap. Das ist übrigens random, wenn ich nicht snipe und möchte dich anmerken, ja. Jeder Snipe ist geplant, außer wenn er random ist und nicht trifft. Oh, du bist tot. Schön. Freut mich irgendwie. Ups. Fluss, wollte ich schreiben. Die Klaff liegt in dem Fluss. Nein, nein, nein. Die Klaff liegt in dem Fluss. Sag dir mein 1,2,3 sein Glossvattel. Warum auch immer mein Glossvattel, äh, Gine siehst? Keine Ahnung, sag du's mir. Auf deiner SME steht Fick dich. Ja. Au. Da, lies sie, lies sie. Ich will jetzt anmerken, was ich 26 Punkte hab und lass dich snipen. Der größer ist tatsächlich durch die Snipen. Ich hab kaum 7 Replicates bis jetzt gemacht. Und der nächste Snipe Cube. Ihr habt zwei Sniper, ehrlich. Ja, aber der eine steht still. Hi... Ah! Okay, jetzt reicht's. Warte, warte mal, ganz kurz. Hör auf, rückwärts zu gehen, man. Fick dich, hör auf rückwärts zu gehen! Ich geh auf nicht rückwärts. Nein, nein, ich mein aber auch ein Sniper. Ich versuch den gerade aus Prinzip zu z... Wäääh! Wäääh! Hi! Wuhuhuhu! Oh, fuck it! Nein! Nein, mir leid. Okay. Du sagst so hype oben, weg bist du Tut mir leid Das war grad zu schön, ehrlich Das müsst ihr nach dem letzten Ich hab mal Ich hab mal ganz, ganz kurz aufgehakt Ja, ich wollte eigentlich hinter die Wand dashen Und dann standst du da Und dann hab ich Nevi gemacht Das war ganz zu bellig Aua Oh, ich hasse das, unbesiegbare Leute zu sniden Das ist so dieses Gefühl, ja, fick dich, das nützt jetzt nix Fick dich, ich bin eine Winzibre, bitch Das ist so dieses dicke fette, fick dich auf dem Bildschirm Ja, möchtest du wieder meine Zini-Rafle testen? Sehst du, sehst du Ey, wart mal, wart mal, wart mal, bleib mal kurz hinter dem Ding stehen Ja Ganz kurz Dein Hut hat eine Hitbox Ich kann nicht ernsthaft treffen damit Oh, ich hab kein Bind Axis, du hast kein Bind dabei Meine Fresse Axis, du bist im Team Beta und hast kein Bind dabei Das würde er jetzt klar sagen, aus Prinzip Nicht zu dir, aber prinzipiell Das ist so nervig mit dem Turinblatt, jemanden anzuhauen die ganze Zeit Musst du die ganze Zeit stunn, 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 also diesen komischen Ersprungangriff Ja Weißt du, was komisch ist? Wenn du in so ne Gegnermenge rein rennst und alles greift dich an und du weißt nicht, was dich getötet hat, weißt du? Und es sah so aus, als ob du alle mit dem Melee auf dich losgehst und auf einmal steht da HG-Kill, hä? Das war bei mir, als wo ich für die Ding, das TFT-Trolling aufgenommen hab Da waren auch, ich war plötzlich tot, weißt du, ganz plötzlich Und da war wirklich ein Demoman, ein Soldier und ein Heavy vor mir Und dann zeigt's an, dass es bei einer Pistole von einem Engine hier irgendwo ganz weit hinten gekillt wurde So, was? Oh, warte, der rennt nicht weg Der weiß, dass ich jetzt ziele Genau, der da Genau, der da Miene fällt! Ich hau mal ganz kurz hin weg hier Nein Ich lass mich hier nicht verarschen, aua, doch lass ich mich verarschen Und du hast keine selbstbekannt Ja, weil ich mich einmal erwischt hab Aua Der hat geschrieben, alles was ich hier mal Ah, recht hat er, recht hat er Ich find's interessant, wie wir beide irgendwann auf den Chat achten und beide nichts sagen Das ist immer so, Gännchen Was? Wir achten immer beide gleichzeitig auf den Chat und sagen dann beide nichts Beziehungsweise ich hör dich tippen und dann achte ich automatisch auf den Chat aber du weißt, was ich meine Es geht nur darum, dass ich mich darum kümmern will, dass hier keiner anfängt zu streiten und so Ja Ist ja auch eigentlich nicht so schlimm, ich meine YOLO YOLO? Ja, das hat irgendwie YOLO geschrieben You only lick once to play friendly Nexus Match You only lick once You only lick once Wer sagt sowas? Oh, ich wollt den Ball nicht Gott dammit Komm her, Sichtern Komm her, Sichtern Komm her, Sichtern, du bist automatisch Ballmagnet, du bist Ballmagnet, komm her, wo bist du? Nicht da, wo du bist, nämlich nicht tot Und so, also ich bin nicht in der Respot-Zelle Warte, warte, warte Pokémon Äh, DP Ich dreh mich grad im Kreis, okay Weißt du, ich spring hier grad im Kreis und mir passiert einfach Ich hab seit meinem Spawn 75 HP Da, zu Was? Ende doch Na also War das grade der erste TD? Ja Im Kreis Ich hab mich gedreht Die ganze Zeit hab ich mich gedreht beim Springen, ja? Weil mir so klar war, ich bin Ballmagnet, ich muss sterben Weil ich mich halt nicht wehren kann, äh, effizient Ich sterb nicht, nein Ich, 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 ich seh nen CS an mir vorbeiflegen, aber nice, ich sterb nicht Deiner Feier Ich glaub die, äh, die kommentieren auf mein, äh Denks, mein Starfish Ich bezweifle stark, dass sie das tun Oh Weißt du? Deswegen Fire no! Fire no! Fire no! Fire no! Watch out, Grenade! Watch out, it's a grenade! Hallo Gienchen, tschüss Gienchen Und ich hätte ihn fast noch erwischt Ich hab dreimal gedasht, ich hab gehofft, nach dem dritten Mal kommt immer noch keiner Goddammit, ich hätte ihn fast mit der Rayla erwischt, aber naja Emergency 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 In irgendeiner Werbung Emergency Emergency Achso, ach Achso, ne ne ne, das war in irgendeinem Spiel, ich glaub das, ach genau das war Sonic Adventure 2 Da, hast du's gespielt? Ja, aber ich erinnn mich grad nicht was du meinst Das war das erste Level mit Dr. Eggman, wo du, äh, wo der da durchgeht und dann ist da auch diese Frau, die sagt, äh, ein Dringling in Raum 2, ein Dringling in Raum 3, und so weiter Und dann hat sie immer geschrien, I am emergency 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 Ein Dringling in Raum 3 Emergency Ein Dringling in Raum 3 I meant in English man Fucking A Retard Ich mein, du sollst so Übersetzung mäßig Emergency Ein Dringling in Raum 3 Mmm, nice ass Mmm, check Eben grad guckst du Donnerfeuer an, weißt du Und ich sag so, nice ass, auf einmal dreht hier um und guckt sich um, hä, was, was, was Und Ching Oh fuck, der ist weggesprungen Schade, ich hab fast einen vor dir gesnippt Goddammit, ich hab fast wieder einen Snapper weggeholt Goddammit, ich hab wieder... White Shots Wo bist du? 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 Snipen Wo bist du? Du bist da Bloody the fuck Das wär so schön gewesen, als die's gereimt Okay, lad die da auf da zu reimen Ist vielleicht nicht das schlauest auf der Welt Aber es klingt doch harmonisch Oh Snipe jemanden, dreht sich im Kreis Weil sich freut Yay, yay, yay Oh, zwei Zentimeter sich denn Zwei Zentimeter Oh, aber ich spring ja die ganze Zeit im Kreis rum Das ist das Traurige daran Und gleichzeitig abgeballert Wart mal Ich wollte dich überraschen, auf einmal kam einer Aua Goddammit So, jetzt aber Oh, Gott Es gibt nichts nerviges, als sie mit einer Raygun anzuhitten und dann eiskalt auf Semi-Refels zu wechseln Damit der andere, dein Gegenüber auch gar keine Chance hat irgendwas machen Und ich hab ihn grad mit ein paar HP gepownt Fie mich gut, stirbt Kindchen Aber warum ballast du dich ab? Keine Ahnung Weil ich mit deinem Weißt du, dann noch, weil er kam, hat mich angehildert Und mich auf 5 HP runtergeschwicht Beziehungsweise hatte er 15 HP Und hab mich einmal mit der Semi getroffen Und kam angerannt Wollte mich minieren Er hat volle HP Und ich hab ihn getötet Ich bin so richtig stylisch herangesprungen, weißt Er, er dascht rein Ich hielt mir den Twinblades Geh hinter die Wand Spring nochmal in der Luft Lade ich meinen Rechtsklick auf Töte ihn Und wenn er versucht, seine Semi-Refeln nochmal rauszupicken Abwisch ich ihn halt nochmal mit der Combo Das war richtig geplant Oh, sehr schön geplant Aber Ich wollte eigentlich, den sehe ich schon überraschen Nope Die laufen alle mit alten Klamotten rum Das find ich saugeil Sobald irgendwas von Penny Rede ist, weißt du Haben alle nur noch die normalen Klamotten Das ist sowieso so Ja, die brauchen ja Die mag ich nicht mehr Weil ich ihn grad die ganze Zeit snipe Und so richtig endlos Weißt du was? Ein Hit Zwei Hit Okay, du willst es so Semi, Semi Will sie Semi Moment Will sie Semi nie fressen? Achtung, ich hab hier einen, warte ganz kurz Ja, ich warte ganz kurz Der schneid einfach in irgendeine Richtung Find ich geil Okay, wo bist du? Halbtot In meiner Base So Wo bist du? Bist du das? Na, da sind zwei von euch Die beide Semi Seestern Seestern? Wie heißt du eigentlich? Seestern 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 Stern ist der Nachname Ich bin hier sehr kreativ, ich weiß, aber ich möchte meinen Namen definitiv nicht nennen Das ist wie, hey, ändert mich doch auf Facebook Zu 1300 Zuschauern sagen Was? Ich heiße Phillip Nein Ich heiße Phillip Genau, exercise Phillip on two Irgendeinen hab ich mitten in der Luft getroffen, ich weiß nicht wen Mit welcher Waffe? Mit der Railgun Eben grade, da bin ich so ganz Ich kann nur sagen, dass das nicht ich war Aufwacht Ey Seestern, Achtung, Achtung Gott dammit, ich wär fast oben gelandet Komm Seestern, du versuchst mich mit Twinblade anzugreifen und ich snipe dich Nee, der benutzt Semis Der ist n Alpgott Axis ist italienisch? Nein, Gott ist italienisch Nein, Gott ist nicht italienisch Gott ist non-existent Stirb! Fuck, ich hab grad noch sein Ja Hehehe Er ist zu liebem stehen geblieben Er hat's verdient zu sterben Aber es geht ums Prinzip, dass ich mich darum freuen kann Und könntest du dich bitte freundlicherweise offen abzubannern, wenn ich mich um die Diepen Wow, los, los, los Oh, schade Ich dachte, du kriegst beide, wenn sie so Na scheiße, scheiße, ey Jetzt geht's aber ganz schön schnell voran hier Vor allem, weil ihr uns grad dominated Mehr oder weniger Headshot Headshot Au Seh ich schnell an der Front Yay Wieso schießen mich Leute, wenn ich wicke, ehrlich? Während ich was? Während ich winke Und du hast bestimmt Ich frag das gar nicht Nein, du hast ficke Ich schwör dir, ich hab's auf Aufnahme Du hast ficke gesagt Wieso schießen mich Leute, wenn ich wicke, ehrlich? Wenn ich wicke, ehrlich? Wenn ich wicke Wenn ich wicke Winke Nein, nein, nein siehst du Nein Wicke 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 Du beleidigst meine Gefühle Ehrlich, du beleidigst sie Wicke Wicke Ja, ich kann mich nicht Wicke Wicke